Die beiden Ketten ist hier aus der Schweiz. Der hat eine feige Wahl. Der hat eine feige Wahl. Eine feige Wahl. So, gegen wen haben wir denn jetzt was? Wir haben ein bisschen was. 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 Wir müssen ein Bier über Bier machen. Nee, wie heißt das? Ein Lidlpapier, gell? Aber ist ja wohl, gell? Hier, ich bin verrascht. Die bösen Kucker, bitteschön. Oh, der ist noch nicht. 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 Bösen Kucker, bitteschön. 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 Okay. Ich bin dran von der Scheiße. Ich bin dran von der Scheiße. Ich habe hier jetzt guckt mich die ganze Zeit an. Wir haben eine junge Frau oder einen jungen Mann. In einem Moment wird das nicht klappen. Aber wer es noch nicht geschafft hat, dass er lieb zu ihm ist, der muss da die, die der junge Mann gerade umgetreten hat, die Schallplatte kommen. Ich habe die CD davon. Aber ich traue mich nicht auszusprechen. Ich muss mal Fachmannsfahre. Wie heißt die? Sass oder Schas oder Sass oder so. Die Französin hilft mir jemandem. Die ist sehr, sehr geil. Wirklich. Sehr, sehr geile Musik. Jetzt war ich mal für was. Jetzt wieder denk was. Du bist scheiße, bitteschön. Ich hab drei und zehn Gebote von irgendwelchen Szenen. Die sind mir scheißegal. Ich will einfach nur leben. Ich lass mich von dir lutschen. Ich will überhaupt nichts sagen. Nimm mit dir und ich doch selbst. Du nervst mit deinen Fragen. Du bist scheiße. Ja, du bist scheiße. Du bist scheiße. Der alte Boss Du bist so verkrampft Du lächerlicher Spitzel Ich wünsch dir viel Vergnügen Den Dank im deutschen Schnitzel Ich geh jetzt erstmal feiern Und lass ja nicht allein Wo ich meinen Rauch entkrieg Kann euch doch scheißegal sein Bess Scheiße Bess Scheiße Bess Scheiße Halt im Wort Siehst du da mit 90 Irgendwann alles verheben Werde dich schon an Erinnerung ist alles sein Mein alter Kumpel-Motan Sitz neben mir am Tisch Wir beide sind schon richtig platt Und du bist nicht Bess Scheiße Bess Scheiße Bess Scheiße Bess Scheiße Halt im Wort Da kommst du ein Geschissen Und willst sonst agitieren Bess Scheiße Bess Scheiße Bess Scheiße 15 cm Bildschirm Wir hatten das ungelogen erst mit 30 cm, da haben die gedacht, die wollen nur angeben. Ja, und dann haben wir einen mitteleuropäischen Durchschnitt gegoogelt. Und da stand 12,5, wir haben jetzt noch 15 cm einig. 15 cm Bildschirm Ich habe kein Problem mit Alkohol. Hauptsache, es ist noch im Haus. Auch raschig kommt mir nicht in die Tüte. Den habe ich hier lieber in Kakao. Eigentlich bin ich ein ganz normaler Typ. Einfach schwingt normal. Mein Kümmerler ist 15 cm. Allerdings nach dem Badglock und der Rest ist legal. Meine Freundin habe ich noch nie getrogen. Außer manchmal mit meiner Frau. Ich würde auch mal in die Kirche gehen. Ich würde auch mal in die Kirche gehen. Doch sonntags, da bin ich meist blau. Ich würde auch mal in die Kirche gehen. Ich würde auch mal in die Kirche gehen. Ich würde auch mal in die Kirche gehen. Später, wenn man mich verbrennt, komme ich bestimmt ins Paradies. Wenn man den Eintracht der Wörner so nennt, oder die Wörner unter dem Kiel Reicht mich, bin ich ein ganz normaler Typ Einfach schwingt normal Mein Gefühl, es wird ein Zentimeter, allein die Schmerz und mein Und der Rest ist mir egal Dankeschön! Geht noch weiter Das sind einige Piersflaschen leer Aber ja, das sehe ich Ja, das sehe ich Ja, mache ich nur für mich selber, ich habe immer leere Piersflaschen Ja, Roger! Roger! Jetzt verfahren wir später in die Kuppeln knüpfen Und jetzt was ruhig ist, das ist schön iris Nein, nein, der ist jetzt immer iris, bitteschön Zetter, Arsch und Käsefuß Und stören mich bei ihr nicht Nach heut'n es riecht sie aus dem Maul Doch ich habe keine Schicht Sie geht morgens aus dem Haus Und ich schreib dir immer Sie geht morgens aus dem Haus Und ich schreib dir immer Oh, 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 oh! Da war ich das Und ich schreib dir immer Und ich schreib dir immer Und ich schreib dir immer Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020